Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende, herzlich willkommen zum Seminar Grammatik des Deutschen. Ich würde heute sehr gerne, wir hatten ja so einen Platzhalter bei den funktionalen Grammatiken und den würde ich heute ganz gerne nutzen, um Ihnen die kognitive Grammatik vorzustellen, denn, das hat sich in den letzten Seminarsitzungen gezeigt, ist ja eine wirkliche Frage gewesen, wie wir die semantischen Aspekte in Grammatiken uns genau zurechtlegen und immer wieder sind wir dabei über das Konzept der sogenannten semantischen Rollen gestolpert und diesen würde ich heute mein Hauptaugenmerk widmen und deshalb über die stille Karriere der semantischen Rollen sprechen in der germanischen Linguistik und ich muss dazu etwas weiter ausholen, denn die Absetzungen von der sogenannten generativen Grammatik, also normbasierten Grammatik, die von zwei getrennten Modulen ausgeht, nämlich dem Lexikon auf der einen und der Syntax auf der anderen Seite hin zu einer Grammatik, die Form und Funktion oder Bedeutung und Form in einem denkt, also das heißt als unabwendbar miteinander verbunden und deswegen brauche ich die etwas längere Hinführung zu den semantischen Rollen, da uns diese schlussendlich auch wesentlich unterstützen wird beim Verständnis der sogenannten Konstruktionsgrammatik, mit der wir uns nächste Woche beschäftigen wollen. Wenn wir auf die semantischen Rollen, die kognitive Grammatik blicken, dann machen wir das zunächst also einmal so in einem ersten Teil, dass wir uns die Frage stellen, was sind kognitive Grammatiken und dazu möchte ich einleitend zwei, drei Bemerkungen machen im Hinblick oder im Rückgriff auf die Grammatikbeschreibungsmodelle, die ich Ihnen ganz am Anfang vorgestellt habe, nämlich in der Idee, dass wir, wenn wir über Grammatik sprechen, immer von bestimmten Prämissen ausgehen und unseren Gegenstand versuchen, so gut wie es irgend möglich ist, in dieses Mindset einzuordnen. In dem Fall wäre das Sprache und das, was Sie hier sehen, ist eine Illustration für geteilte Arbeitszimmer, das zum einen und zum anderen sehen Sie eine Illustration für die Vorstellung davon, dass wir mit modularen Einheiten unsere Sprache im Sprachgebrauch zusammensetzen. Das heißt, aus dem System heraus begründbaren oder belegbaren oder postulierten Setzungen heraus so etwas wie sprachliche Einheiten produzieren und das Modell, was dem zugrunde liegt, ist bei Chomsky mehr oder weniger als eine Rechenmaschine oder als eine frühe Form von Computertechnologie zu konzeptualisieren, in der es so etwas gibt wie eine Hardware und es gibt so etwas wie eine Software. Diese Software existiert faktisch in einem Werkszustand, das wäre die Universalgrammatik und ihre Hardware, also das ist ihre physische Ausstattung und diese Software im Werkszustand, also die U-Grammatik, wird durch sprachlichen Input so geformt, dass sie spezifische Normen des Sprachsystems, dass die Sprecherinnen, die sie umgeben und mit ihnen sprechen, bereits verinnerlicht haben, adaptieren und dann regelgerecht einsetzen. Diese Systeme erklären über sehr, sehr viele Jahre den Zusammenhang von Lexikon und Syntax und sind besonders dafür geeignet, statische Sprachzustände zu beschreiben. Sie haben ein erhebliches Erklärungsdefizit im Hinblick auf Fragen des Spracherwerbs, des Sprachwandels, überhaupt sprachlicher Veränderungen und deswegen hat sich, sagen wir mal so, in den Ende der 60er, in den frühen 70ern eine Absatzbewegung von dieser generativen Transformationsgrammatik nach und nach entwickelt, die unter dem Label der kognitiven Grammatik läuft. Deren Ansatz ist ein vollkommen anderer, denn sie postuliert nicht, dass wir irgendwie abstrakte Regeln erwerben in einem Modul Syntax, sondern dass wir eine durch den Sprachgebrauch Regeln abstrahieren und lernen und erwerben, die dann zu je individuellen Sprachwissen führt, die für jeden und jede von ihnen je unterschiedlich sind. Also kurz gesagt, Bedeutung ist Gebrauch und die Strukturen emergieren aus dem Gebrauch, also die Strukturen des Sprachwissens. Somit lässt sich erklären, warum zum Beispiel es so etwas gibt wie Varietäten, also lokale Varietäten und regionale Varietäten. Es lässt sich so etwas erklären, warum es eine Annäherung an Standards gibt, wenn wir sehr starke Sprachkontaktphänomene haben und es lässt sich auch erklären, wieso sie im Verlauf ihres Lebens unterschiedliche syntaktische Strukturen verwenden. Schwerpunkte legen auf bestimmte lexikalische Einheiten, wie sie zum Beispiel verfestigte Mehrworteinheiten lernen und so weiter und so fort oder wie sie eine zweite Sprache lernen. All das lässt sich über dieses Konzept sehr viel leichter erklären als über ein modulares System mit Hardware und Softwaremetaphorik. Aber nichtsdestotrotz, das heißt auch nur, dass das auch wiederum nur ein Sprachbeschreibungsmodell ist, das sich einer spezifischen Metaphorik bedient, die auch kritisch zu hinterfragen ist. Im Großen und Ganzen geht es im Wesentlichen um die Frage, wie wir aus Sprachgebräuchen, also aus dem Gebrauch heraus Bedeutung abstrahieren und zum Beispiel einfachen Mustern, die wir erkennen, Bedeutung zuweisen, sodass sie schematisch werden können und schlussendlich zu dem, was wir uns in der nächsten Woche genauer anschauen, Konstruktionen werden, also Formbedeutungspaare oder Bedeutungsformpaare, die sie im Sprachgebrauch einsetzen. Der Begriff der Konstruktion ist im Seminar schon ab und an gefallen, vor allen Dingen im Hinblick auf die Valenzgrammatik, die vom Verb aus gedacht postuliert, dass das Verb eine Struktur projiziere. Die Konstruktionsgrammatik würde das anders sagen, sie würde sagen, das Verb ist ein Element einer schematisch abstrakteren Konstruktion, die die Bedeutung im Wesentlichen vorgibt und sobald das Verb spezifische Kriterien erfüllt, kann es in diese Konstruktion eingebettet werden und wird als solches verstanden, da die SprecherInnen die Konstruktionsbedeutung kennen. Zur Literatur vielleicht ganz kurz. Sie sehen im Wesentlichen, wenn Sie sich mit einer kognitiven Grammatik beschäftigen wollen, kann man bei Fillmore anfangen. Das wird auch im Kontext der Frame-Semantik immer wieder wichtig werden. Fillmore taucht ja auch an der einen oder anderen Stelle auf, vor allen Dingen, wenn es dann um die semantischen Rollen geht. Aber vor allen Dingen Lakehoff und Langeacker sind diejenigen, die die kognitive Grammatik stark prägen, Ende der 80er Jahre. Von dort aus gesehen ist es dann kein weiterer Sprung mehr hin zu Jackendorf, Croft und Kruse, zur kognitiven Linguistik und zum Beispiel zu Holger Dissel zum Sprachverb. Wenn ich Ihnen etwas empfehlen darf, was Sie lesen sollten, dann sind es die Arbeiten von Michael Tomasello. Zur Frage, wie menschliches Denken und Sprache miteinander konform gehen, gibt es auch in Übersetzungen in den zahlreichsten Varianten unbedingt Leseempfehlungen, wenn Sie sich für diesen Zusammenhang interessieren. Kommen wir mal zu den Prämissen einer kognitiven Grammatik. Die werde ich ein bisschen kürzer halten, damit wir dann mehr Zeit haben für die semantischen Rollen. Zunächst spricht die kognitive Semantik über ein Phänomen des sogenannten Embodiments. Das heißt, dass wir, wenn wir lernen, sehr häufig unser Körper einen Erfahrungsraum anbietet, der mit Handlungen verbunden ist. Das heißt, Sie können nur sprechen, weil Sie einen Körper haben und sehr häufig sind im Sprachgebrauch bestimmte Aspekte direkt mit körperlichen Handlungen verbunden, die dann mit sprachlichen Handlungen parallel gehen, sodass Sie dann später von dieser körperlichen Handlung abstrahiert werden. Das zeige ich Ihnen nachher an einem Beispiel. Das nächste, die Setzung oder die Annahme, dass hier häufiger Sie ein bestimmtes sprachliches Element verwenden, umso stärker prägt es sich ein. Das Prinzip, das da dahinter liegt, ist das sogenannte Heavy End Learning. Also das heißt, dass die neuronalen Strukturen, von denen wir annehmen, dass sie unsere Denkprozesse ganz wesentlich steuern, dadurch verstärkt werden, messbar dadurch verstärkt werden, dass, wenn Sie einen bestimmten Aspekt häufiger wiederholen, dann, dass Ihr Gehirn als Organ Strukturen anlegt, die einen leichteren kognitiven Zugriff erlauben. Ob dem so ist oder nicht, hängt im Wesentlichen mit unseren Kenntnissen über das Gehirn zusammen und da gibt es noch viel zu tun und viel zu entdecken. Kategorisierung. Das ist ein Mechanismus, der geht zurück auf Eleanor Roche. Haben Sie vielleicht schon in der Prototypensemantik gesehen, die Frage, was sei ein guter Vogel? Der Pinguin dürfte vielleicht bei dem einen oder anderen nicht als Vogel konzeptualisiert sein. Erstaunlicherweise, möchte man sagen. Und es geht im Wesentlichen darum, dass wir eben nicht mehr, wie in der Valenzgrammatik beim letzten Mal gesehen, eine Merkmalsmatrix benutzen, um zum Beispiel eine logisch-semantische Valenz zu bestimmen, sondern es geht im Wesentlichen darum, dass wir von einer prototypischen Bedeutungskonstruktion des eher und weniger ausgehen. Also es ist eher ein Vogel und weniger ein Fisch oder ein Säugetier, wobei Fische in der Regel nicht so richtig laufen. Also das heißt, dass diese prototypische Konstruktion von bedeutungstragenden Elementen und zum Beispiel Basiskategorien in der Prototypensemantik eine ganz entscheidende Rolle dafür spielen, wie sie bestimmte Entitäten in der Welt einschätzen. Das heißt, von dort ausgehend sortieren sie und kategorisieren sie. Und diese Kategorisierungen sind je individuell. Es gibt nicht die übergreifenden, bedeutungstragenden Einheiten, die für alle identisch sind. Das wären, Sie kennen vielleicht die Differenzierung zwischen Denotat und Konnotat, sondern das, dessen sich alle einig wissen, ist eine abstrahierte Bedeutung aus je individuellen Kategorisierungen. Deswegen, wir hatten ab und zu mal über das Grammatikalitätsurteil gelacht. Genau so etwas wäre das, nämlich dass man sagt, das, was für die meisten ein Kategorie Vogel sei, ist wohl offensichtlich ein prototypischer Vertreter dieser Kategorie Vogel. Ja, kommen wir zum Thema der Perspektivierung. Perspektivierungen betreffen nicht nur Sichtachsen von ihrem Standpunkt aus mit der Fokussierung eines spezifischen Punktes am Horizont, sondern in besonderem Maße auch ihre sprachlichen Realisierungen. Denn mit ihren sprachlichen Realisierungen legen sie eine bestimmte Perspektive auf einen Wahrnehmungsgegenstandsausschnitt, von dem sie nur einen bestimmten Teil sehen und einen anderen nicht. Wenn sie zum Beispiel sagen, das ist aber ein schöner Baum und das daneben stehende Haus mit keiner Silber erwähnen, wird jede Hörerin und jeder Hörer genau nur auf diesen Baum achten und das Haus eben dabei nicht zur Kenntnis nehmen, weil sie es in der Versprachlichung einer bestimmten Perspektive auf Welt nicht thematisieren. Diese Perspektivierungsleistung wohnt allerdings nicht nur diesen Fragen der sprachlichen Aneignung von Welt zugrunde. Das heißt, dass sie bestimmte Gegenstände auf der sprachlichen Oberfläche thematisieren und andere nicht, sondern zieht sich bis hinein in die grammatische Struktur. Das heißt, dass sie zum Beispiel durch die Verwendung von Aktiv und Passiv Agens oder Patients in den Vordergrund heben können. Sie können unpersönlich sprechen, sie können im Konjunktiv reden und deswegen zum Beispiel die Faktizität des von Ihnen Gesagten in besonderem Maße markieren. Wenn Sie sagen, ich stelle mir vor, dass und ich könnte mir vorstellen, das, reden wir über zwei verschiedene Dinge, die zum einen entweder das Vorstellen selbst, den vorgestellten Inhalt selbst thematisieren, aber auf der anderen Seite die epistemische Basis, also das, was Sie wissen könnten, wenn Sie sich etwas vorstellten, thematisiert und mit dieser sprachlichen Perspektivierungsleistung stellen Sie einen Gegenstand vollkommen anders dar, als das in einem, zum Beispiel in einer indikativischen Aussage der Fall wäre. Der nächste Punkt, Metaphorisierung. Ein zentrales Anliegen der kognitiven Linguistik und kognitiven Grammatik ist, dass wir einen Großteil der sprachlichen Äußerungen, die wir verwenden, wenn wir uns zum Beispiel über lokale, temporale Bezüge und so weiter äußern, ganz stark metaphorisch geprägt sind. Man spricht da von einem sogenannten Conceptual Mapping, das heißt, wenn von einer Quelldomäne Merkmals-Elemente auf eine Zieldomäne übertragen werden und mit dieser Übertragung oder Metaphorisierung und den daraus entstehenden Metaphern können Sie spezifische Elemente und Gegenstände besonders hervorheben oder verbergen. Sie lenken damit die Wahrnehmung des Gegenübers. Wenn Sie bestimmte Metaphern in spezifischer Weise enttrenchen, also das heißt, verfestigen und stabilisieren, dann werden Sie feststellen, dass Sie bestimmte Aspekte überhaupt nicht mehr sehen. Ein schönes Beispiel ist hier der Klimawandel. Das heißt, wenn Sie permanent von Klimawandel sprechen, enttrenchen Sie genau diesen Begriff, damit das Konzept, nämlich Wandel, für den möglicherweise niemand etwas kann. Wenn Sie dagegen von Klimakrise oder Klimakatastrophe sprechen oder Klimakrieg oder Klimaverbrechen, dann hätten Sie in diesem Konzept automatisch einen Argens mit involviert, der dafür verantwortlich ist, dass Sie etwas Bestimmtes in eine bestimmte Richtung entwickelt. Und wenn diese Metaphern zum Common Sense werden, also zu einer allgemein anerkannten Basis in der Sprachgemeinschaft, über die nicht mehr reflektiert wird, dann wird es sehr schwer, an diesen verfestigten Konzepten überhaupt etwas zu ändern. Eine der beliebtesten Metaphern zum Beispiel in diesem Kontext mit diesem Bild ist, das Leben ist eine Reise oder das Leben zieht an mir vorbei. Das sind zwei unterschiedliche Konzeptualisierungen von Zeit. Joint Detention, das mache ich ganz kurz. Wir sind darauf geeicht, dass wir nicht als Menschen geeicht. Nicht, dass wir sprechen können, das wäre noch das Postulat der generativen Grammatik gewesen, sondern die kognitive Grammatik geht davon aus, dass Sprache ein kulturelles Artefakt sei, so wie alle anderen Dinge auch, die wir im Aufwachsen erlernen, weil wir merken, unsere Umgebung legt auf den Gebrauch dieses Symbolsystems großen Wert. Und die Grundlage dafür, dass wir uns emotional und kognitiv darauf einlassen, ist das sogenannte Prinzip des Joint Detention, den wir uns als Menschen nicht entziehen können. Wir gehen immer davon aus, dass unser Mitmensch international handelt und versuchen, alle seine Handlungen zu erklären, zu begründen und nachzuvollziehen. Und somit wird es möglich, dass wir gemeinsam auf bestimmte Gegenstände schauen, also das heißt, bestimmte Fluchtpunkte an Wahrnehmungshorizonten fokussieren und immer wissen, dass wenn wir darauf zeigen, dass unser Nachbar weiß, was wir wissen und zugleich weiß, dass wir wissen, was er weiß. Das heißt, es ist eine Kreuzbeziehung, in der wir uns wechselseitig permanent verständigen, darüber auch nicht kommentiert, dass wir denselben Wahrnehmungsgegenstand haben und dieselbe Sicht auf das, was wir Wirklichkeit haben. Das ist natürlich mitnichten der Fall, aber wir tun immer so, als würden wir uns verstehen. Das ist der entscheidende Punkt an der Sache. Wir sind darauf ausgerichtet, als Menschen genau das zu tun. Wenn sich das interessiert, lesen Sie Tomasello, ist dort wunderbar erklärt. An was kann man das jetzt wunderbar zeigen? Dieses ganze Zusammenspiel dieser Elemente, die ich gerade aufgezählt habe, zum Beispiel an dem Konzept der Embodied Syntax erarbeitet bei Lakehoff 1987, Derth and Eggs, wo Sie hier einen Feuerwehrmann, das ist Ground Zero, sehen, der auf einen Punkt zeigt und ruft. Und mit dieser doppelten Dexis, das heißt, der Zeigegeste in den Raum und mit der sprachlichen Handlung, die damit verbunden ist, ist eine basale Syntax verbunden, die vor allen Dingen in verschiedenen Sprachen ähnlich funktioniert. Sie können das auf das Deutsche adaptieren, mit Beispielen wie da ist ein X, guck mal ein X, hör mal ein X. Und mit diesen Zeigepunkten etablieren Sie einen gemeinsamen Aufmerksamkeitspunkt. Das ist das Ziel, auf den sich Ihre gemeinsame Aufmerksamkeit richtet. Und das sind typischerweise auch die Strukturen, die Kinder als allererstes lernen. Also Sie können nicht sagen, da ist ein X oder da ist ein X, sondern Sie zeigen und sagen Ball. Oder Sie zeigen und sagen Hund. Obwohl da irgendwas läuft mit vier Beinen, das ist dann meist was anderes, eine Katze, ein Schwein, eine Kuh. Aber das ist vollkommen egal. Das heißt, es sind dann sogenannte Nennwörter, die mit Zeigegesten kombiniert auch zu Zeigewörtern werden. Und das ist eine sehr interessante Thematik, die bis in die Grammatik durchschlägt und deswegen sollte man sie eigentlich auch beachten und nicht als defizitär, nicht normkonform Kindersprache abtun, sondern man sollte sie sehr, sehr ernst nehmen und unsere Modellierungen von Sprachwissen genau an solchen Setzungen prüfen. So. Und das, was mehr oder weniger unmittelbar in dieser Theoriediskussion daheim ist, sind die sogenannten Deep Cases oder Case Rolls von Fillmore, die er 1971 nach einem ersten Wurf von 1968 erweitert. Und wir gehen mal ganz kurz durch von oben. Also wir haben den Agent Henrik gekauft, eine Limonade. Also das heißt, es wäre die handelnde Person. Wir haben einen Experiencer, der etwas erfährt. Wir haben ein Instrument, also mit ich tue etwas mit etwas. Sie können auch die Beispiele immer noch mal Revue passieren lassen. Ich koche die Spaghetti in der Regel sieben Minuten. Da hätten wir den Agent Ich. Instrument wäre nicht besetzt, Experiencer auch nicht. Object, also Leonard öffnet Limonade, wären dann die Spaghetti. Eine Quelle ist nicht angegeben, ein Ziel ist auch nicht angegeben, das ist typischerweise für Bewegungszusammenhänge. eine Location, also ein Ort ist nicht angegeben, eine Zeit ist angegeben und zwar in der Regel, also wiederholend und zwar sieben Minuten lang. Da hätten wir also zweimal besetzt die semantische Rolle Time und dann unterscheidet er noch einen Pfad, also Path für ein Direktional. Das sind die semantischen Deep Cases und Case Rolls nach Fillmore und mit diesen Deep Cases und Case Rolls wird es möglich, Konzepte, die wir verbinden mit spezifischen Handlungen semantisch so zu fassen, dass wir zum Beispiel in einer Valenzgrammatik sehr schnell sagen könnten, wenn jemand etwas kocht, dann ist dieser jemand, den wir vielleicht in anderen Modellierungen plus menschlich konzeptualisieren würden, also wenn wir es merkmals semantisch machen würden oder wo wir sagen, das ist ein Subjekt, auf einmal ablösen können von dieser, ich würde sagen, problematischen Terminologie und sagen, es handelt sich hier eben nicht um ein Subjekt, sondern es ist ein Agent oder ein Agent, der üblicherweise im Deutschen in einer Nominalkruppe im Nominativ kodiert wird. Und sofort haben wir die zwei entscheidenden Seiten, nämlich Bedeutung und Form. Und dann können Sie auch erklären, warum in spezifischen Konstruktionen, jetzt sage ich es mal, eine Nominalkruppe im Nominativ zwar möglicherweise Subjekt ist, aber keinesfalls Agent, sondern eher Object. Leonard wird geschlagen, da hätten wir eine Struktur in einer passivischen Umsetzung, wo Leonard zwar Subjekt ist, Nominalkruppe im Nominativ, aber eben nicht mehr Agent, sondern Object, also nach den Deep Cases von Fillmore. Gut, damit sind wir an dem Punkt und der Frage, was sind semantische Rollen und beim zweiten Teil dieses Input-Videos heute und ich würde Ihnen ganz gerne zeigen in der Frage, was sind semantische Rollen, wie das Ganze, diese Diskussion aufgenommen worden ist in der germanistischen Linguistik. Das ist durchaus speziell. Aber beginnen wir mal. Wenn Sie sich mit semantischen Rollen beschäftigen wollen, schon mehrfach angedeutet, Charles Fillmore ist eigentlich ein Muss und zwar in den beiden Arbeiten von 1968 und 1971. Daneben sehen Sie hier fett markiert die deutsche Satz-Semantik von Peter von Polenz, die hatte ich schon an einer anderen Stelle über den Klee gelobt und sie liegt wirklich immer auf meinem Schreibtisch. dann sehen Sie Beatrice Primus kommt aus der generativen Grammatik hat sich sehr stark mit Case-Rolls und thematischen Rollen beschäftigt genau in dem genannten Fall Ergertive Konstruktion Akkusativ und Aktiv hat 2012 eine kleine Einführung herausgegeben und schlussendlich haben dann Alexander Thiem und ich diese Ansätze zusammengeführt und noch ein bisschen erweitert aber schauen Sie mal selbst wo da die Reise hingeht also in der Einleitung der deutschen Satz-Semantik schreibt Werner Holli 2008 es gibt Bücher mit einer stillen Karriere und es gibt Bücher mit einer stillen Karriere und zweifellos also Karriere ist ja wahrscheinlich hinter dem Logo und zweifellos ist in den letzten 20 Jahren vieles Neue hinzugekommen man wird aber auch feststellen dass vieles angefangen nicht fortgesetzt worden ist und deshalb vorerst gültig bleibt das trifft auf die Satz-Semantik von Peter von Polenz zu die erstmals in den 90ern erscheint also das heißt das ist eine Arbeit die sehr sehr weit zurück geht und hier in der dritten Auflage bei mir liegt jetzt schaue ich mal ob das 90 stimmt in den 90ern ich schaue mal nach dem genauen Jahr die erste Auflage ist von es ist ewig lang her steht gar nicht drin ja sei es drum also es ist wirklich ewig und in das was Holly hier sagt ist ja Peter von Polenz hat damit zwar einen interessanten Denkananschluss geliefert aber es hat nie wirklich daran jemand wahrer gedacht ja aber irgendwie finden alle das Buch faszinierend sonst Slake ist nicht in der dritten Auflage vor das was im Wesentlichen Peter von Polenz macht in seinem Buch ist dass er direkt an Filmo anschließt und das semantische Set das Filmo vorschlägt 85 sogar 85 das was Filmo vorschlägt noch erweitert und zwar indem er die semantischen Rollen ausspezifiziert und auch spezifische Anwendungsfälle bezieht das mit an Beispielen diskutiert aber auch ehrlicherweise das Ganze nicht so weit systematisiert dass man sagen könnte das Ding hat Lehrbuch Charakter also ob es ein das Studienbuch ist es nur deshalb weil es Paperback ist aber ob ich das als Lehrbuch bezeichnen würde ich weiß es nicht also ich denke eher nicht Sie sehen erstmal den Argens unterscheidet in einen Handelnden und in einen Begleiter und in einen Stellvertreter des Handelnden sehr interessant eine semantische Ausdifferenzierung und das was Sie sehen je weiter Sie hier durchgehen ist eine Möglichkeit Texte semantisch zu transkribieren und die spezifischsten semantischen Rollen festzulegen die Sie zum Beispiel bei der Interpretation grammatischer Strukturen finden können ist wunderbar um am Material zu üben und um zu zeigen welche Probleme man damit haben kann man darf sich auffragen was man denn mit den Strukturen macht die man keiner semantischen Rolle zuweisen kann dann brauchen sie nämlich eine neue und so weiter und so fort also das heißt das ist ein wunderbarer Ausgangspunkt um über diese Fragen der semantischen Strukturen nachzudenken die auf der Oberfläche als Vormerkmale erscheinen und wenn sie so wollen ist es eine neue Form der Kategorisierung die hier tatsächlich einzelsprachlich funktionieren kann und deswegen müsste man eigentlich diese Initiativen sehr viel stärker unterstützen daneben unterscheidet er den Patients also herausgelöst aus dem Objektbegriff in dem der Patients nämlich als eine Person charakterisiert wird Sie sehen ansonsten unterscheidet sie sich vom affizierten Objekt tatsächlich nicht wirklich und betont ist hier immer schon dass es wenn es semantische Überschnitt Bereiche gibt also eine Nähe zu Patients Kontra Agents Benefaktiv und Experiencer und daran sehen Sie auch dass diese Kategorisierung die Peter von Pullins vornimmt nicht rennschrauf ist sondern sehr stark durch die Prototypen Semantik geprägt ist und das ist eigentlich das entscheidende Kriterium dass er nicht versucht klar auseinander zu dividieren und semantische Rollen zu beschreiben sondern dass er sagt es gibt Überschnitt Bereiche und es ist ein mal eher und eher mal weniger guter Kandidat für eine spezifische Kategorie das effizierte Objekt sehen Sie auch und dann geht es hintereinander weg ja also der Kausativ der Instrument Partitiv Teil von etwas Possessiv Additiv Privativ Logativ Origativ und Temperativ und wir diskutieren diese Fälle dann alle im Einzelnen durch ich möchte Ihnen nur zeigen dass das natürlich eine ganz andere Dimension annimmt wenn man mit Sprachgebrauchsmaterial arbeitet und deswegen ein unglaublich interessanter Denkanstoß ist wenn man zum Beispiel Valenzgrammatisch denkt ganz kurz nur das dürfte Sie vielleicht interessieren wenn wir über Agentivität reden und wenn man sagt zum Beispiel der Ball rollt dann möchte ich Ihnen hier schon mal zeigen dass selbst diese Kategorien also der des Agents also oder des Agents unterschiedlich gute Vertreterinnen haben können die zunächst erstmal nach vier Kategorien sich sortieren nach Laker von Doughty nämlich ein guter Agents ist jemand der intentional handelt und diese intentionale Handlung Agentivität die sich aus der Evolutionalität ableitet deckt sich wiederum mit den Prämissen des Joint Attention das heißt wir gehen davon aus wenn jemand etwas tut dann ist er ein besonders guter Agent oder ein Agent das nächste Kriterium ist das der Verursachung also wenn jemand etwas wenn jemand in Klausung schmeißt zum Beispiel dann gehen wir davon aus er ist ein Agent Sentience das heißt die Erfahrung mentale Zustände wenn wir das einem einer Entität zuweisen können dann gehen wir auch von Agentivität aus interessanterweise geht das sehr stark zusammen mit zum Beispiel mit der aktuellen KI Diskussion also in der man zum Beispiel seine KI versteht etwas dann haben sie hier sofort Agentivität als Merkmal und das Letzte ist wenn ein Ding sich bewegt aus sich selbst heraus ja und insofern kann zum Beispiel auch eine Maschine oder ein Ding was sich unerklärlicherweise rollt oder wo sie den Verursacher nicht sehen als Agent aufgefasst werden schauen sie mal den einen oder anderen Indiana Jones Film da gibt es Dinge die rollen und überlegen sie mal bei jedem Ding was sie sehen ob sie ihm Agentivität zuweisen würden oder nicht unabhängig davon Beatrice Primus greift natürlich genau an diesem Punkt an ich hatte die beiden Publikationen erwähnt von 1999 2012 Beatrice Primus lebt leider nicht mehr ähnlich wie Peter von Polenz und in ihrem Vorwort zu dieser Einführung in die semantische Rollen stellt sie fest dass semantische Rollen in den Grammatiken des Deutschen selten systematisch behandelt werden es existiert bislang auch kein Einführungswerk in diese Thematik das war 2012 also Polenz hat das Ding 1985 geschrieben 2012 schreibt Beatrice Primus genau das interessanterweise konzentriert sie sich auf ein sehr eingeschränktes Rollenset das im Wesentlichen sich auch in anderen Grammatiken wiederfindet nämlich dieses das ist zitiert aus Erams 2000 wenn wir über die Rezeption von Peter von Polenz sprechen dann reden wir immer darüber dass ein Auszug dieser semantischen Rollen benutzt wird auf einer sogenannten mittleren Linie um spezifische Strukturen zu erklären Erams benutzt das zum Beispiel das sieht man ganz schön an der Auswahl schon um die die sogenannte Konverse von Aktiv und Passiv zu erklären er zieht heraus Agent also Agents Patients Object und den Benefaktiv und das braucht er um die drei Passivformen zu erklären also Vorgangspassiv Zustandspassiv und das Rezipienten oder Dativ oder Benefizienten Passiv also er bekommt den Kuchen gebacken das sind so typische Beispiele die da diskutiert werden und auf dieser Ebene schießt sich auch Beatrice Primus ein Sie sehen schon das ist ein sehr reduziertes Set und das erinnert sehr an das was wir im Duden uns genauer angeschaut haben das sind nämlich genau diese semantischen Rollen die dann für den Fall herangezogen werden aber die man auch nicht erweitert schlussendlich postuliert nämlich Peter von Polen schon 1985 30 Jahre vorher wie viele Rollentypen man davon abgesehen überhaupt ansetzen kann soll darf wird immer umstritten bleiben da hat er recht das entscheidende an der Satzsemantik ist aber dass er keinen Kategorisierungsvorschlag gemacht hat der eine abgeschlossene Liste bedeutet das ist das entscheidende an dieser Satzsemantik die es für Studierende vermutlich sehr frustrierend macht weil er keine abschließenden Antworten gibt sondern er stellt nur Fragen wir haben dann also mit Alexander Simon und ich haben dann uns dieses Set herangezogen von Peter von Polen und haben es nochmal erweitert um verschiedene Aspekte spezifiziert das Objekt also über das man etwas sagt in qualitativ das Direktional Destination also als Ziel einer Bewegung und dann nochmal in einem weiteren Schritt 2016 und darüber hinaus bis heute dass wir das Objekt spezifiziert haben noch einmal genauer gefasst haben und dass wir den situativ eingeführt haben also das Objekt als Oberkategorie über das affizierte spezifizierte und effizierte Objekt und den situativ als eine Oberkategorie über die semantischen Rollen die sich auf Orte also Location Destination Direktional beziehen und die den temporativ mit einfassen das heißt zeitliche Bezüge mitfassen diese Liste stelle ich Ihnen jetzt zur Verfügung und zwar in der Matrix Gruppe zum Seminar da sie sich fortlaufend ändert stelle ich sie auch gerne online und verweise auch darauf an welchen Stellen ich genau an diesem Problem arbeite wir werden auch in der nächsten Woche wenn wir in Richtung Konstruktionschromatik schauen das noch einmal genauer uns anschauen können und ansehen können denn dann brauchen wir diese semantischen Rollen um zum Beispiel bestimmte Konstruktionsbedeutungen gut zu beschreiben ich freue mich jetzt aber auf Ihre Fragen Anregungen Wünsche Bedarf Kritik und auch auf die gemeinsame Übung mit Ihnen am Material wir werden uns das Ganze an dem Beispiel setzen anschauen die wir schon im Seminar behandelt haben möglicherweise auch an einem neuen Lied aber das werden wir sehen im Gespräch miteinander für diejenigen die jetzt nicht in der Diskussion dabei sein können bedanke ich mich für ihre Aufmerksamkeit hoffe Sie sind beim nächsten Mal wieder dabei mit allen anderen werde ich jetzt gemeinsam den Gegenstand weiterentwickeln darauf freue ich mich sehr und bin in diesem Sinne ganz herzlich Ihr Alexander Lasch